Moin, hier ist Heini, jetzt geht er weiter mit Werkfeuerwehrsimulator 2014. Und ja, ne, irgendwie regnet das draußen, kann das sein? Das ist jetzt mein Tutorial, hab ich durchgespielt im anderen Video, und jetzt kommt das erst, jetzt geht's richtig los, ne? Ähm, ich hoffe, du bist nicht Erwin da vorne, ne? Ne, der war, glaub ich, ein bisschen blonder, ne? Werde ich hoffen, weil der hat doch nicht so einen Bierbauch gehabt. So, dann drücken wir mal, ne? Wie, Fontaine? Zunächst zu unserem Feuerwehrmann Anwärter. Ich teile dir heute das Einsatzleitfahrzeug Florian 1 zu. Ich hab nichts anderes erwartet. Ach, das war's, ich dachte, quatschen mich jetzt die ganze Zeit voll. Okay, für, für. Vom unseren Erscheinungsbild sieht das Fahrzeug ja soweit ganz gut im Schuss aus. Ich hoffe, dass dies auch für seine Funktionen... Aber selbstverständlich. Also, alle Mann ab an die Arbeit und passt auf euch auf. Okay, dann passen wir mal auf, ist das draußen so am Regnen, oder was ist da los? Oder hänge ich mir den Kopf in der Waschmaschine? Das regnet draußen, wenn ich so, machen wir die Fenster hier dicht, was ich gar nicht. Mein. Sag mal, kommst du auch aus Friesland? Also, die laufen wir dann nach links, dann lau' ich auch noch links, ne? Ne, du bist nicht Erwin. Erwin war, glaub ich, die hat graue Haare gehabt, ne? Genau, da bin ich aber froh, weil ich war kurzfristig, war ich etwas schockiert, wo ich dich gesehen habe. Ich dachte, man, mein Geruch von Napalm am frühen Morgen. Ja, mir geht's gut. Hast du mir schon mal scheißen gehört, ey, der weiß, was Napalm ist, ey? So, ne, nicht scheißen gehört, scheißen, äh, gerochen, äh, Pups gerochen. Ach, scheißegal. Ich liebe den Geruch von Napalm am frühen Morgen. Ja, was meinst ich, ne? MS, gibt's Filme, ne? Da schubsen einfach so Leute aus dem Fenster raus. Sei froh, dass wir erst die Tasche sind. Lass uns mal eben gucken, wo sind wir jetzt? Hier ist komplett alles erstmal neu. Hier sind die Toiletten, da ist mein Wagen. Sportzentrum, ah, das war alles oben, ne? Wie geht's? Mir geht's sehr gut, dankeschön. Ich finde auch echt super, dass ihr mich so lieb aufgenommen habt, ne? Ich hab, sag mal, hörst du, hast du was am Ohren? Ist dir schon mal ein Feuer in den Ohr reingekrocken oder warum hörst du so schlecht, ey? Ich hab das doch gerade gesagt. Ach, hier, hier, jetzt, guck mal. Hä? Mahlzeit! Ah, 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 Mahlzeit! Ich sag mal, gerade im Tutorial war dein Teller leer. Kollege. Und du? Guten Morgen. Guten Morgen. Da war sein Teller leer. Und jetzt auf einmal, ne? Oh, hier kann ich essen. Geil. Mikrowelle? Was ist das? Hier auch Mikrowelle kann ich bedienen? Was passiert? Gar nichts. Da kann ich wieder mein Leben mit auffüllen. Was ist da los? Ey, ihr habt doch einen an der Waffel. Das ist draußen kalt. Das regnet. Ich geh doch nicht raus, ey, wenn das nicht brennt, ey. Hallo. Hallo. Mahlzeit. Guck mal hier. Guck mal hier. Das ist neu, oder? Ich weiß jetzt nicht, was passiert. Aber hier ist ein Handsymbol, ne? Kann ich denn Pizza klauen, oder was? Hey, schau mal, da drüben küssen sich zwei Würfel. Hat dich das jetzt schon aufgegessen? Wie geil ist das denn? Oh, bin ich dir weggefressen? Hi. Es tut mir leid. Ey, ich, ich, ich kaufe dir wieder einen neuen. Das ist geil. Ich habe so eine Pizza geklaut, ey. Ich bin... Das tut mir leid. Och, hör. Oh, ich hatte immer... Aber wo ich vorher, wenn Onkel am Flughafen war, ne? Da hatte ich auch so einen... Na, alles klar. Ja, lass mich mal kurz aussprechen. Das ist wichtig, ne? Da hatte ich auch so einen Kollegen wie du. Ähm, der ein bisschen, ne? Der musste ihm in die Hand genommen werden. Du tust mir echt leid. Wenn was ist, du kommst immer zu mir an. Und ich verspreche dir, du kriegst deine Pizza wieder, ne? Ja, hast du schon mal... Wenn ich mich unterhalte, da hast du ruhig zu sein. Ist das klar? Kann ich ja wohl nicht angehen, ne? Das ist ernst gemeint, ne? Wie heißt du eigentlich? Ralf? Okay. Hi. Okay, hi. Und ich sag's dir. Das war der Frenkel. Der sucht sich wieder den Sportraum. Äh? Das war der Frenkel? Wie? Du bist der Frenkel? Und ich sag's dir. Das war der Frenkel. Der sucht sich wieder den Sportraum. Der Frenkel. Das ist bestimmt der Frenkel fröstelt. Hi, 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 hi. Wo ist eigentlich der Sportraum, ey? Gleich ist er doch noch am trainieren. Da lach ich mich tot, ey. Der war doch auch irgendwo hier, oder nicht? Hau mal ab da. Da hat er wieder was drauf. Ich glaub, ich spinne. Du bist ja verfressen. Na, alles klar? Ja. Guck mal da hinten hin. Hey, schau mal. Da drüben küssen sich zwei Würfel. Hatte ich das jetzt schon aufgegessen? Das ist geil. Ey, das ist... Das ist ein Diebstahl-Simulator. Jetzt hab ich besser geklaut. Das ist gut. Aber jetzt müssen wir mal ein bisschen Feuer löschen hier, ey. So, ob sie zu, dass du da wegkommst. Wo ist das Sportraum denn nochmal geblieben, ey? Zum dritten Mal, dass ich hier hochlaufe. Ich will Sportraum. Weil der Frenkel... Frenkelin ist das... Nee, ich muss noch eine Höhe ein. Nee, hier. Auch nicht. Einsatzbefehl für Florian 1. Ach, du dickes Ei. Jetzt geht's los. Ja. Ich bin ja schon da. Da ist mein Auto. Wieso geht das nicht automatisch auf? F. Wieso geht das nicht automatisch auf? Muss ich mich schimpfen oder war ich? So, hier brennt sie irgendwo. Ich bin noch neu. Sag mal, hallo? Ich bin noch neu. Kann mir mal jemand sagen, wo ich hin muss? Wo ist meine Map eigentlich, ey? Wo ist meine Map, bin ich blöd? Unten links, ey, du Volltrottel. So, dann muss ich hier mal eben so ein bisschen, ne? Ich muss hier erstmal vorsichtig fahren. Zwei Minuten, also hier muss ich lang. Habt ihr eine Rauchentwicklung oder wo, was ist hier los? Oh, das ist das erste Mal, dass ich das Gelände sehe hier. Muss man erstmal komplett rum. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Ach, hier, da brennt ein. Rauchentwicklung, willst du mich verarschen? Die halbe Welt brennt da hinten, du Vollfosten, ey. Das sind vier große Dinger. Wie soll ich das mit meinem kleinen Auto löschen? Oh, scheiße, weh gerecht. Total vergessen. Wie soll ich denn hier rauskommen, ey? Geht das? Ja. Total vergessen. Wieder Punktabzug bestimmt, ey. Oh, ne Bahnschiene fahr ich lang. Wie geil ist das denn, ey? Das ist ja geil. Ähm. Ah, aua. Ja, hupst du. Siehst du mein Blaulicht, ey? Schreib dir den... Bitte, gib mir deinen Namen. Ich kümmere mich um nach Feierabend um dich, ey. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Das ist hier so groß. Hätte mir das mal jemand sagen können, dass das so groß ist hier. Scheiße. Eine Minute habe ich noch, ey. Achso, das ist ein Schornstein. Und ich dachte, das brennt... Ah, scheiße. Fuck, ey. Mein Auto geht kaputt, ey. Wenn das Airbusier dreht durch. Ach, da brennt das. Jetzt sehe ich das. Links. Auf meinem Schirm. Ich weiß nicht, wo ich hin muss, ey. Ey, das ist ja hier... Ja, ja. Ich... Ihr könnt davon ausgehen, dass ich da hinkomme. Ach, hau ab, ey. Scheiße. Da muss ich jetzt lang. Sag mal, machst du das normal? Das war's los. Das schaffe ich nicht mehr. Scheiße. Das Problem ist auch, weil das so groß ist. Ich wusste gar nicht, dass das so groß ist. Oh, komm. Bitte, 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 bitte. Bitte 14 Sekunden noch. Ich will meinen ersten Job nicht verkacken. Nein. Oh. Oh. Hau ab, da. Ich bin da. Ich bin da. Das hat Crash gemacht. Das tut mir leid. Ich muss aussteigen. Das war... Ey, letzte Sekunde. Ich versuchte gegen eine Wand. Entschuldigung. Das war nicht mit Absicht. Ich spiele jede Simulation vernünftig. Feuerwehr. Wie süß ist das denn? Dafür... Ich habe einen Mionenschaden verursacht. Wegen diesem kleinen Brand hier, ey. Warte, ich mache mal einen Hosenstall. Ich nehme mal auf. Ah, scheiße. Nicht so nah dran. Was ist das alles hier? Scheiße, ist dieses Gelände groß, ey. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen, ey. Einsatz wurde... Ja, klar. Aber so kann ich löschen, oder was? Scheiße, ist das groß, ey. Wie soll ich... Ich habe im Flughafensimulator noch nicht mal die Strecke gemerkt. Wie soll ich das denn hier machen, ey? Ach, das wird ja spaßig. Ne, aber das wird ja... Wie soll ich mir die Strecke mehren? Oha. Erst mal Licht anmachen, weil ohne Licht ist es immer doof zu fahren. So, das ist das. Das Problem ist jetzt auch... Jetzt mache ich mal ein Plus. Das sind die Straßen, ne? Okay. Jetzt fahre ich gleich mal links. Ne, rechts. Hier fahre ich rechts. Das ist die Straße jetzt. Ja, okay. Die laufen auch so fürs Auto, die Leute, ne? Und die kennen gar nichts. Die Medien sind so platt. Die Lenkung ist aber ganz gut, muss ich sagen. Also gegenüber dem Vorgänger ist... Er war jetzt Vorgänger im Flughafensimulator. Ist das hier richtig cool. Ich fahre jetzt nicht auf die Straße, das seht ihr, ne? Oh, das ist ja elendig, ey. Ich finde das ja komplett gar nicht, ey. So, einmal Minus. Wo ist denn... Oh, habe ich irgendwas gerammt oder was? Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich weiß wirklich nicht, wo ich hin muss. Naja, ich fahre mal querfeldein. Ich muss die Strecke ein paar Mal fahren. Dann habe ich sie auch wieder auf dem Schirm. Sind wir hier richtig? Tankstelle sehe ich schon mal. Das ist die Hauptstraße oder sowas, ne? Scheiße, ist das große Kacke. Was soll ich machen? Also mein Feuer habe ich erstmal gelöscht. Das ist schon mal sehr gut. Jetzt müssen wir mal sehen, dass wir... Oh, achte mal. Ich flippe hier aus gleich, ey. Ich muss mal Plus machen. Da vorne kommt eine Straße. Denk ich weiß gar nicht, wo ich mein Zuhause ist, ey. Äh, 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 äh. Doch, da! Ich bin gleich zu Hause. Halt, hier! Oh, da wird Furtnokswende! Da vorne ist F... Wie? Veckel. Simu-Welt, genau. Da vorne ist irgendwo mein Zuhause. Fahre ich hier rein? Hab ich aber Glück gehabt, ey. Da ist der Turm. Oh, ein Glück, ich bin zu Hause. Wie geil ist das denn? Ich hab das, ey, ohne Hilfe. Ja, wir haben eins an Leitstand. Melde Fahrzeug frei auf Wache. Ja, frei auf Wache. Ich will aber wenigstens mein... Da gegenüber ist das ja dann. Geil. Cool. Steht schon was drinne. Da war ich nicht der Erste. Da war ich wieder die Seite. Immer bin ich der Kleine. Immer werde ich gemobbt. So. Sehr schön, sehr schön. Aussteigen. Tür auf. Ist das bescheidert oder was? Tür auf. Einsteigen. Und Rindome. Einsatzbefehl für Florian 1. Ach, du kannst mich mal. Oh. Ja, mach ich. Wieso machst du die Tür nicht automatisch auf, ey? Seid ihr doof? Hier ist Alarm und keiner macht die Tür auf, ey. Ihr seid der hilfsverwächte Jungs, ey. Jetzt muss ich mich hier wieder komplett zurechtfinden. Das ist das Problem. Die Karte ist so groß, ey. Scheiße. So. Ich gehe hier lang. Dann machen wir mal eben so. Ich sehe immer noch nichts, ey. Das ist das ja. Von mir aus können wir alle platt mähen. Ich bin jetzt wieder komplett hier. wo ich nicht hin sollte. Tief. Kann ich hier jemanden platt mähen? Ne, das Zaun. Scheiße, wo muss ich hin? Ups. Da ist eine Straße. Ich sehe die Straßen so schlecht. Ich kann gar nicht so. Was war das? Hier schießt doch jemand. So. Wo brennt das denn jetzt, Kollegen, ey? Warten wir mal ganz kurz hier. Da brennt was. Das wird da doch sein, oder nicht? Ist das jetzt Musik an, oder was ist hier? Ne, das sind da Türme wieder. Die lenken aber ab, die Türme, muss ich sagen. Ups. Ja, ich bin ja... Ach, ich hab keinen, keinen, keinen... Ach, du Scheiße. So, wo ist das denn hier? Wo brennt das? Ey, das gibt's doch nicht, dass das so groß ist. Scheiße. Ach, hier, eine Minute muss ich da sein. Und ich hab noch nicht mal die Feuer entdeckt, ey. So, dann geh ich hier wieder hin. Ach, ihr da. Feuer hab ich entdeckt. Ich hab Feuer gemacht. Nee, hab ich nicht gemacht. Nee, dass ich die Anzeige krieg. Nee, 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 nee. Jetzt war ich nicht. Da irgendwo geradeaus. Da muss Feuer gleich sein. 50 Sekunden. Ach, hier, genau. Entschuldigung. Wieder vergessen, ey. So ein Scheiß. Hier wird das irgendwo sein. Und was läuft hier so genüsslich rum, ey. 25 Sekunden. Am Einsatzort, sehr schön. Ich mach erstmal Alarm wieder aus. Das geht mir mit dir schon auf und sagt. Da, da ist Feuer, da ist Feuer, siehste. Ey, ich weiß noch genau, wo ich das erste Mal... Ich kann X drücken. Was war mit X, ey? Schleudersitz oder was? Ey, wo ich das erste Mal angefangen bin, ne? Im Flughafensimulator, wo ich hier gar nicht gebacken gekriegt habe, ne? Da bin ich aber auch schwergetan, ne? Und hier sind wir schon voll Profis. Ihr seht da, ne? Das läuft mir so leicht von der Hand, ey. So, erstmal hoch. So, zack, zack. Zack. So, Feuer ist gelöscht. Florian 1, verstanden? Ja, verstanden. Ich hab auch verstanden, es ist wieder hell. Ey, 7 Uhr und, ey. Scheiße. F. Ey. F. Bist du bescheuert? F. Geht doch. Hat da jemand die Scheibe rausgeschlagen oder was ist eigentlich los hier im Lorn? So, E. Ja, das Problem ist jetzt zurückfinden, ne? Wie, das ist so ein Riesengelände. Wie soll ich das? Wie soll ich ohne Scheiß das hier? Mir, 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 mir. Ach, scheiß drauf. Wie soll ich mir daten, mehr? So, rechts. Und die heizen hier nix. Wie nix Gutes, ey. Das ist so groß. Das ist hier, ey. Ich krieg auch nichts. Die Leute, ne. Tut mir leid, ich hab dich platt gemäht, ey. Ich hab dir das gesagt, Johan, ey. Stell dir nicht immer so oft auf der Straße hin. Und lass dir Drogen aus dem Kopf. Obst. Das war mal wieder ne Wendung, ne? Ähm. So. Da wird ne Rondomedia-LQ. Habt ihr was gesehen? Den verfolgen wir jetzt mal. Wo wird er denn hin? Ups. Wo wird er denn hin? Den überholen wir jetzt mal eben. Da können wir auch mal gleich mal so machen. Oha. Das ist so groß. Das ist so schwer für mich. Das zu merken, wo ich hin muss. Scheiße. Und ich hab nix gemacht. Also, ich muss erst mal mit den ganzen Missionen also jetzt hiermit bekannt machen, wo ich überhaupt hin muss. Das ist mein Problem. Weil das ist so groß. Und die Strahlen, die, 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 die bringen mir noch nix. Ach, da hinten. Da. Da seh ich meinen Punkt. Okay. Dann kann ich ihn hier platt mähen. Hat selbst schuldig. Hab das paar Mal gesagt. Geh von der Straße runter, du Affenmensch. Was ist das? Toll. Wo bin ich denn hier? Auf dem Banschene. Halt. Ich muss hier hin. Oh Mann, ey. Das darf nicht wahr sein, dass ich hier so rumfahre mit so einem Bekloppter, ey. Nein. Ich bin wieder falsch, ey. Oh, ich hab das noch nicht... Entschuldigung. Ey, das gibt's nicht. Das gibt es nicht, ey. Wenn das mein Chef sieht, der flippt aus, ey. Drei Dörr. So. Ne, wie gesagt, Entschuldigung. Ich spiel vernünftig sonst immer, ne. Das wisst ihr. Aber ich muss ja erst mal komplett hier die Map Erkundschaften, wie das geht. Wo was ist, ey. Wie ein paar Eselsbrücken bauen. Keine Ahnung. Irgendwann, ey. Boah, die Bäume, du. Ja. Ja, du bist genau so ein Kacksack wie er, wie. Aua. Okay, jetzt kann ich auch hier stehen bleiben. Entschuldigung. Auto kaputt. Tut mir leid. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Würde mich echt freuen. Ja, die Map ist groß, ne. Da müssen wir erst mal sehen, dass ich da irgendwie zurechtkomme, ne. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oder ich muss überall ein paar Autos kaputt brennen, dass ich weiß, aha, die Strecke geht nach Hause. Keine Ahnung. Irgendwann kriegen wir schon hin. Ich sage in diesem Sinne, ab in die Rinne. Bis dann. Tschüss. Tschüss.